Auch wenn ich mittlerweile in Lightroom 2 diverse Möglichkeiten habe, selektiv mit Tonwert und Farbe meine Bilder zu bearbeiten, so bleibt manchmal doch der Weg in Photoshop unvermeidlich. Das vorliegende Motiv hat eine ganz schöne Stimmung durch das abendliche Gegenlicht. Ich fände es aber schöner, wenn ich doch noch ein bisschen Grün und Zeichnung hier in der Palme hervorkitzeln könnte. Und zwar will ich da nicht nur ein bisschen haben, sondern deutlich mehr als kleine Details. Dazu müsste ich das Bild in Lightroom so doll entwickeln, dass der Rest mir flöten gehen würde. Deshalb werde ich jetzt eine virtuelle Kopie anlegen und zwei Entwicklungen aus dem Bild machen. Und diese Entwicklung werde ich nachher in Photoshop zusammenfügen. Eine virtuelle Kopie kann ich einfach erzeugen, indem ich mit rechter Maustaste auf das Bild klicke und dann sage, bitte lege mir eine virtuelle Kopie an. Diese wird innerhalb der Bibliothek, innerhalb des Kataloges gleich mit dem Original gestapelt, sodass ich diese niemals verliere und immer eine virtuelle Kopie neben dem Original habe. Und mit dieser Kopie kann ich jetzt arbeiten. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle die Belichtung sehr stark erhöhen, sodass ich Zeichnungen in den grünen Bereich reinbekomme. Mir geht es in erster Linie hier um diesen Bereich. Dort werde ich auch die Sättigung noch erhöhen. Das heißt, ich gehe auf meinen HSL-Reiter in die Sättigungseinstellungen, werde hier die grünen Töne noch deutlich satter machen, um hier ein wenig Zeichnung herein zu bekommen. Das reicht mir jetzt. Ich werde das dann teilweise überlagern lassen in Photoshop. Jetzt muss ich erst mal den Weg beschreiten, dass ich beide Bilder zu Photoshop übergebe. Und da ich jetzt nicht in Photoshop diese Bilder noch einzeln montieren möchte, aktiviere ich einfach beide. und kann seit Lightroom 2 dieses Bild in Photoshop übergeben und dabei gleich in Photoshop als Ebenendatei öffnen. Photoshop öffnet dabei eine neue Datei und platziert diese beiden Ebenen deckungsgleich übereinander. Jetzt muss ich mir eine Maske bauen, die diese Palmenteile möglichst freilegen kann. Dazu gehe ich einfach mal in die Kanälepalette und schaue mir an, welcher Kanal am besten mir eine gute Basis für eine Freistellungsmaske machen kann. Da mich in erster Linie der Bereich gegen den Himmel interessiert, ist der blaue Kanal hier sehr geeignet. Ich dupliziere mir den Kanal, schiebe ihn also auf das Symbol für einen neuen Kanal und werde mit dieser blauen Kopie jetzt mal eine Maske erarbeiten. Dazu werde ich als erstes die Tonwertkorrektur angeben und hier die dunkelgrauen und hellgrauen Tonwerte zu schwarzen und weißen Tonwerten machen, damit ich so eine schöne, scharf abgegrenzte Maske erzeuge. Das verhindert natürlich nicht manuelle Arbeit, aber es ist so schon in einer schönen Form anwendbar. Ich sage OK und werde jetzt noch einfach grob mit einem Radiergummi oder mit einem weißen Pinsel mir hier noch andere Bereiche wegmalen, die von der Maske nicht beeinflusst werden sollen. So, das mache ich hier erstmal soft, aber gehe gleich mit einem harten Pinsel ran. Und hier jetzt noch mehr Bestandteile wegmalen. Normalerweise würde ich mich jetzt sehr stark ranzoomen, aber da es in diesem Workshop nicht um Detailretusche geht, sondern wirklich nur um die Technik, die ich gleich in Photoshop nutze, möchte ich das nur so grob machen, um Ihnen das Prinzip zu demonstrieren. So, machen wir hier mal mit Holzhammerpinselmethoden die Maske etwas feiner. Ich mache jetzt meinen Durchmesser vom Pinsel nochmal ein bisschen kleiner, um diese restlichen Bereiche hier rauszunehmen. Und das reicht mir dann für eine Maske, mit der ich arbeiten kann. Ich blende mir den RGB-Kanal wieder ein, damit ich mit dem Gesamtbild arbeite, lade die Maske einfach durch einen Klick mit der Steuerungs- bzw. der Befehlstaste auf das Maskensymbol und habe damit die Auswahl geladen. Aus dieser Auswahl erstelle ich mir jetzt eine Ebenenmaske, gehe also zurück auf die Ebenenpalette und klicke einfach auf das Maskensymbol. Damit ist jetzt die obere Ebene nur sichtbar in den weiß gelassenen Bereichen auf der Maske und in den schwarzen maskierten Bereichen sehe ich die untere Ebene durch. Sie sehen wahrscheinlich gleich, was hier los ist. Ich habe den vorderen Bereich mit eingenommen in meine Auswahl. Das werde ich gleich korrigieren. Dazu klicke ich einfach auf die Ebenenmaske drauf, nehme mir meinen weißen Pinsel nochmal und das, was ich eben schon direkt auf der Maske gemacht habe, kann ich jetzt hier noch ein bisschen weitermache. Ich male einfach hier rüber und kann mir so den Originalschatten wieder hervorarbeiten. Das Ergebnis, was ich jetzt erzeugt habe, ist natürlich zugegebenermaßen ein bisschen künstlich und deshalb kann ich auf das neue Maskenpanel von Photoshop gehen und kann einfach die Wirkung der Maske insgesamt verändern. Also anstatt meine schwarzen Pixeln durch Graue zu ersetzen, kann ich jetzt einfach die Dichte der Maske steuern und so langsam zum Original zurückkehren bzw. die Wirkung nur ganz langsam einfließen lassen. Zum Beispiel in diesem Bereich. Ich zoome mich nochmal ein bisschen an das Bild ran, um zu sehen, wie sich das im Detail äußert. Das sieht schon ganz gut aus für die Maske. Hier ist der Übergang vielleicht ein bisschen hart. Deshalb könnte ich hier auch noch eine weiche Kante für die Maske einbauen, damit ich hier fließende Übergänge habe. Da das aber zu so einem leichten Hallo-Effekt führt, werde ich die weiche Kante an dieser Stelle weglassen und gehe lieber über die Möglichkeit, die Maskenkante individuell zu verändern. In diesem Maskenverfeinerer setze ich erstmal alles auf 0, damit ich weiß, von welcher Basis aus ich ausgehen kann. Und dann sehen wir weiter. Sie sehen hier die scharf abgegrenzte Maske. Ich mache das ein bisschen runder, aber nicht durch die weiche Kante. Wir haben eben gesehen, dass es zu nichts führte, sondern durch einen Radius, der wirklich nur am Rand eine Weichzeichnung einsetzt. Anstatt jetzt mit einem Maskenmodus zu arbeiten, Sie sehen hier, ich habe verschiedene Vorschaubilder, habe ich einfach die Möglichkeit, mir das Original einzublenden und sehe dann gleich, wie sich das hier im Originalbild auswirkt. Durch Steuerungstaste und H können Sie auch temporär die fließende Auswahl ausblenden. So, die leichte Radiusänderung war wichtig, dennoch möchte ich jetzt meine Auswahl, meine Maske etwas verkleinern oder vergrößern, um halt wirklich sicherzustellen, dass das Ganze nicht nach außen geht, sondern nach innen. Sie sehen, wenn ich meine Maske verkleinere, also den ausgewählten Bereich vergrößere, habe ich wieder den Effekt, dass es einen leichten Schimmer um den ausgewählten Bereich gibt. Ich erweitere sie lieber, das heißt, ich maskiere mehr Teile und so wird das Ganze ein bisschen homogener. Okay, und mit dieser überarbeiteten Maske kann ich jetzt nochmal im Detail prüfen, in meiner Maskenpalette, wie genau ich die Dichte steuern möchte. Und wenn ich die Dichte unterschiedlich haben möchte für den Blattbereich und für den Stammbereich, der weiter unten ist, dann kann ich natürlich auch mit den üblichen Pinselwerkzeugen meine Maske noch bearbeiten. So schnell komme ich also von Lightroom von zwei verschiedenen Entwicklungsstadien eines Bildes zu einem kombinierten Bild in Photoshop.